So, gut, dann ist Friedhelm da, ähm, ja, ich würde tatsächlich hinten Lager machen, hinten würde ich Lager machen. Okay, was macht jetzt mehr Sinn? Ich muss erst die Kisten rausnehmen und dann erst die Regale. Das heißt, ich müsste zweimal, warte mal eben. Okay, wir fangen mal an, umzubauen, ne? So. Also, ich bin gewollt, mich drauf einzulassen, dass wir Regale bauen. Wir müssen ja sowieso noch ein paar bauen, weil wir... Einmal schrauben. Weil wir ja sowieso noch ein paar mehr Container brauchen, so wie das aussieht. Äh, aber macht das Sinn jetzt erstmal, das zu verblasen? Nee, ich glaube, es macht mehr Sinn, glaube ich, doch umzubauen zweimal. Okay. Äh. Alter, ich dachte schon. Stell ich erstmal hier hin. So, Inhalt ist drin, ne? Ja, okay, alles klar. So, dann kann ich den jetzt umsetzen, auch mit Wood. Dann würde ich das nämlich einmal so machen, dass wir rotaten. Der stört ein bisschen, ist nicht schlimm. Komme ich hier zwischen, wenn ich den so... Klar kann ich so bauen, aber würde ich nicht zwischenkommen. Ich weiß halt nicht, wie... Wie viel Platz man braucht, um dazwischen herzulaufen. Ich würde behaupten, so... Natürlich nicht. Es war so klar. So. Ja. Dann würden wir, glaube ich, auch an die Regale kommen. Das ist natürlich doof mit dem Teil, ne? Egal. Ich probiere es erstmal aus. Das wird jetzt erstmal... Das wird ein bisschen dauern, bis wir das soweit hier alles haben. Wie gesagt, ich... Entschuldige mich jetzt schon dafür, dass wir umbauen. Aber es... Es musste... Es muss sein. Es tut mir leid. Es wird leider... Wir werden leider nicht drum rum kommen. Ähm... Das muss leider... Leider, Gottes Namen, muss das... Muss das sein. Wir brauchen Wood. Und das nicht zu knapp. Jetzt wird... Jetzt wird unser Wood, glaube ich... Woodvorrat, glaube ich, sich leern. So langsam. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich hoffe, wir haben genug davon. So. Aber ich glaube, wir haben genug gesammelt. Also, wir haben echt viel Wood gesammelt. Na? So. Dann den hier. Rotate. So, jetzt würde ich das so machen, dass man dazwischen herlaufen kann. Nehme ich das so hier genau an der Linie? So. So. So ist, glaube ich, ganz gut. Da kann man hier gucken. Hier kann man gucken. Und man kann es mir schon herlaufen. Würde ich, glaube ich, so lassen. Warte. Moment. So. Ja, so... Oh nein, ich habe vergessen zu drehen. Oh, ich bin so ein Horst. Oh, ich bin so ein Horst. Einmal Holz verschwendet. Egal. Ich kann das so schlecht erkennen. Ist das... Ist das von der Tiefe her richtig? Da bin ich echt ein Monk. Das habe ich bei Dings Simulator auch gesagt. bei Trader Live Simulator. Wir können ja eigentlich schon mal einräumen, ne? Chemikalien. Ja. Geht mal her. Ist das richtig rum? Jetzt ist das Schloss bei uns, ne? Was ist da hinten? Chemikalie. Ja. Geht mal her. So. Okay. Äh... Uah. Zink. Tafeln. Zink. Leder. Zink. Fett, Fetts. Leder nehme ich mit. Rotate. So. Und dann natürlich das Fett, Fetts. Aber wir kriegen ja Wut durch die... Nein. Wir kriegen ja Fett durch unsere Freunde. Äh, Fett. Holz und so. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann kommen wir hier auch in die Kisten dran. Ja, das finde ich ganz gut. Das lassen wir so. So, das kann runter. Ich würde dann einmal bitte umbauen. Das ist zu viel Platz, ne? Ich würde sagen, das dürfte reichen, so. Dann kriegen wir nämlich da an der Wand auch nochmal eine Reihe hin. Ja, das reicht. Ist ein bisschen enger, glaube ich, wie da, ne? Ist ein klein wenig enger, aber wir kommen an alle Kisten, glaube ich, dran, oder? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde trotzdem nochmal ein, vielleicht ein bisschen nach da gehen, so. Vielleicht eher so. Warte. So. Ja, das ist besser. Ja, das ist viel besser. Äh, Dekonstruct. Kommen wir auch mal an die Wände. Die können wir... Obwohl, müssen wir... Müssen wir die dekonstrukten? Ich frage für einen Freund. Ich gucke mal eben. Ich glaube nämlich ja, ne? Huch, wollte ich gar nicht. So, da können wir nämlich das bauen. Und wenn wir da drauf klicken... Ja, wir müssen es dekonstrukten. Ja. Okay. Gut. Muss eh weg. Also von so an... Ist nicht schlimm. Alles, alles easy. Alles gut. Alles going. So. Also wie gesagt, ich würde hinten das Lager machen. So. Heißt also für uns, wir können jetzt hier schon mal einräumen wieder. Was war hier drin? Achso, hier war Mischmasch, ne? Zink. Äh. Ja. Zink. Rotate. Ist das richtig? Da. Ja. Zink 2. So. Rotaten wir mal. Ähm. Da. Ja. So. Dann haben wir noch ein Zink 3. Das ist der hier. Die werden wir wahrscheinlich demnächst verbrauchen. Tafeln. Tafeln, 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 Tafeln. Mach ich erstmal hier hin. Umsortieren können wir immer noch. Äh. Mach das jetzt erstmal hier so andersrum rein. So. Aber so ist gut. So kommen wir an die... So kommen wir auf jeden Fall an die Kisten dran. Das ist sehr schön. Hier auch. Sehr gut. Super. Das finde ich auf jeden Fall schon mal viel, viel besser. Auf der anderen Seite kommt auch nochmal hin. Ähm. Das werden wir jetzt machen. Oh Gott, das ist alles wutzel, ne? Soll ich jetzt erstmal die da hinten nehmen und erstmal... Gibst du mal ein bisschen? Danke. Äh. Setz dich mal eben oben, ja? Wenn du nichts dagegen hast. Gott, das wird furchtbar. Gott, das wird richtig furchtbar. Die hab ich noch gar nicht umbenannt, ne? Die müsste man eigentlich alle umbenennen. Weil das ist jetzt alles, glaube ich... Ist das Wood? Ja, das ist Scrap Metal. Das ist alles Scrap Metal. Gut, dass man auch mehr Holz nur... Holz nur für braucht. Das umbauen. Und dass es auch relativ zügig damit geht. Tatsächlich. Das ist ja sehr, sehr schön. Äh. Hier würde ich kein Holz... Ich würde da hinten mit Holz anfangen. So. Der Roflino hier hinten. Hier kommen wir auch noch dran, ne? An den Driller, ja. Der muss doch nochmal weichen. Den packe ich jetzt erstmal hier hin. So. Dann rotaten wir mal. Die würde ich jetzt hier hinten anfangen. Na. So, warte. Na. Pixel genau stellen, damit wir genug... Damit wir platt sparen. So. Ja, sehr schön. Okay. Dann. Den nächsten. Jetzt rentiert sich das wirklich, dass wir... Dass wir so viel gesammelt haben. Na, das ist doch nie im Leben richtig so, oder? Das ist doch nie im Leben. Was ist das? Doch, könnte richtig stehen. Okay. Äh. Wood. Hier war Wood, ne? Oder Scrap Metal. Äh. Nein. Was mache ich denn? Ich drücke mal die falsche Taste. Da ist richtig. Da ist richtig. So. Rotate. Jo. Dann... Rotate. Jo. Und... Rotate. Jo. Sehr schön. So. So. Wenn ich mir überlegen, ob ich es mal eben schnell umbenenne. Äh. Metall. Einfach, weil wir es können. Metall. Metall. Sehr schön. Metall, 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 Metall. Gut. Okay. Nächste... Nächstes Regal. Wartet schon. Jetzt würde ich tatsächlich dann... Ruhig versetzt anfangen, oder? Dass wir quasi hier so... Wir müssen da auch noch reinkommen, ne? Doch vielleicht hier. Parallel. Quasi mit denen hier. Boah. Ich hoffe, ich kriege das hin. Mal drehen. Ich hoffe, wir kommen hier durch. Das sieht nämlich... Sehr stark danach aus, als würde das nicht gehen. Ich würde mal eben nochmal einmal schnell die andere Seite hier... Oh, wir brauchen Wood. Warte. Ja, unser Wood-Vorrat geht zur Neige. Aber wir haben genug. Hoffe ich mal, sagte er. Nach zwei, drei Folgen mehr ist es schon vorbei. So, warte. Äh... So. Zack. Und dann... Das könnte eng werden mit dem Durchlaufen. Zumindest hier hinten. Ich probiere es trotzdem. Also hier kommen wir auf jeden Fall schon mal durch. Oh, hier hinten auch. Sehr schön. Nice. Geil. Okay. Das ist sehr... Das ist echt gut. So, die würde ich jetzt einfach mal... In welche Richtung drehe ich die denn? Machen wir die ruhig nach hier. Nach vorne. Optisch einfach schöner. So. Dann würde ich die auch direkt umbenennen. In Metall. 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 Äh... Metall. Und... Metall. Sehr schön. Achso. Ich hab vergessen groß zu schreiben. Also groß schreiben ist doch wichtig. Ich dachte erst nicht, weil das hier nicht so aussieht. Und er das nicht geändert hat. Metall, Metall, Metall. War ja auch groß geschrieben. Metall, 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 Metall. Hier hatten wir ja oben benannt, ne? Leder, Chemikalien, Chemikalien. Ja, Chemikalien 1 ist jetzt unten. Ist ja eigentlich vollkommen egal, oder? Der Optik halber. Der Optik, äh... Halber mach ich jetzt hier 2. So. Zink 1, Zink 2. Warum hab ich das eigentlich da so gemacht? Warum mach ich das hier nicht auch so? 1. 2. Na, hab ich gar nicht Enter gedrückt. Und Zink 3. Juhu. Hat er gar nicht geändert hier? So, jetzt aber. 1, 2, 3. Jawohl. Sehr nice. Ähm... Gut. Weiter geht's. Der Platz wird vorne und hinten nicht reichen. Weiß ich jetzt schon. Das wird nicht reichen für ein ganzes Lager. Für alles, was wir an Ressourcen haben. Weiß ich jetzt schon. So, ich hoffe, ich kriege das, wie gesagt, einigermaßen parallel hin. Gut, da können wir uns ein bisschen an die Linie orientieren. Ja, sehr schön. Gut, dann kommen die da rein. Äh, drehen. Und drehen. Ja. Können wir auch direkt umbenennen. In Metall. In... Metall. Sehr schön. So. Ach, das sieht doch schon mal viel ordentlicher aus, wie ich finde. Das sieht definitiv tief ordentlicher aus. Vielleicht... Ich weiß noch gar nicht, ob ich mich da auch erst überhaupt noch zurecht finde. Das wird sich ja auch noch zeigen. In unserem neuen System. Vielleicht kriegen wir auch hier vorne noch ein bisschen Lager rein. Ich weiß es noch nicht. Kommt immer ganz drauf an, wie viel Platz wir noch brauchen. Weil wir werden noch einiges brauchen, glaube ich, an dem Platz. So. Die Frage ist auch, wie viel Holz wir immer brauchen. Ob wir wirklich so viel Holz und Metall brauchen. Aber ich glaube eigentlich, ja. Es fühlt sich ja zwischendurch immer so an, als würden wir so viel brauchen. Mal gucken mal, was wir jetzt alles umbauen. Brut, das liegt natürlich daran, weil wir nicht am Anfang... Ne? Wir haben viel gesammelt und nicht gebaut. Wir sind mehr mit dem... ...gefahren, was wir hatten, ne? Äh... Rotate. Ich würde die neue Reihe einmal anfangen, hier. So, warte. So. Okay. Weil das ja hier, äh... Weil das ja hier, äh... Holz ist und nicht Metall. Würde ich halt Metall und Holz nicht zusammenpacken. So. So. Gut. Rotate. Nach vorne hätte ich gerne das Schloss. So. Ja, große Umbauauaktion. Es war klar, dass das irgendwann auf uns zukommt. Das war so klar. So. Holz. Ich und mein Holz. Ähm... Und hier auch. Holz. Na. Holz. Und hier auch. Holz. Holz, Holz, Holz. Ähm. Das war ja noch gemischt, ne? Ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein Regal bauen. Erstmal. Wir gucken mal, wie haben wir da... Wie haben wir da auch noch ein Regal, ne? Sehe ich gerade. So. Holz. So langsam leert sich das hier, ne? Die eine Fläche. Davon wird die andere voll. Wie gesagt, den Driller. Vielleicht, äh... Oh. Holz. Vielleicht. Pack ich den Driller da hinten auch nochmal raus. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und pack den hier rein. Bei den ganzen Anlagen. Das wird sich aber zeigen. Da weiß ich. Da weiß ich noch nicht. So. Und den packen wir jetzt natürlich hier vorne hin. So gut es geht. So gut in die Ecke. So. Danke für Wut. Sehr schön. Sehr gut. Das passt nicht. Warum passt das nicht? Doch, das passt. Doch, das passt. Sehr schön. Gut. Äh... Gehe. Mach ich so. Mach ich genau andersrum entgegensetzt. Ist zwar ein bisschen eng hier, aber wir kommen überall dran. Ja. Das ist ja wichtig, dass wir überall dran kommen. So, da haben wir noch die Holzkiste, die eine. Und dann nenne ich die auch mal eben schnell um. Dann haben wir das auch. Holz. Äh... Würde ich sogar tatsächlich einmal rausnehmen. Weil da ja nicht mehr so viel drin ist. Holz. So, warte. Ja. Holz. So. Dann hier auch. Holz. So. Äh... Irgendwo hatten wir ne Kiste, wo nicht mehr so viel drin war, ne? Hier. Ich hatte es hier. Ich hatte es hier.